Leute, vorhin noch live gewesen, und ja, ihr wisst, was das heißt. Kohle, Rumpel, gerade noch live, neben mir. Einfach nur, Kuss an ihn, Roberto. Kuss an dich raus. Aber, shit. Oder, Leute, ihr wisst, was das heißt, oder? Ihr wisst aber, was das heißt, oder? Leute, ich zeige mich. Ich will erstens in die Kommentare kein Hate, zweitens, es wird freundlich sein, und ja. Ihr seid auch die Moderatoren. Moderator bekommt eher das Video, als ihr. Ihr seht erst, das erst. Mauen, Leute. Leute, ihr seht mich gleich. So, Leute, hier, da bin ich. Was geht ab, oder? Ich zeige euch. Ihr wisst, ich. Schein. Schalam. Schalam. Hä? Ihr habt ja schon mal einen Zettel gesehen, aber scheiß drauf. Ihr seht mal, das ist ein Zettel. Nochmal richtig, mit mir und alles. Leute, in der ersten Welt in der Zuschauer findet ihr mein Kumpel und dem Army, das gerade auch live, auf YouTube, wo ich das kenne. Und ja, ich bin mir noch so aufgeregt, weil ich bald nicht im Webface kämpfe. Da bin ich amnencia, aber ja, die man so aufgeregt hat. Chat Line. Da viene mich fertig, wie ich komm... Oder... Wir gehen gerne mal hier schreiben. Was ihr von mir gehalten habt, habt ihr mich so vorgestellt, meine Moderatoren einer Abend sind zwei Leute kenn ich privat, halt nicht privat, aber der war mit keinem Privat. So, grüße ich euch an, grüße ich euch schon mal raus. Und wollt ihr mal in meinem Blog sehen, wie ich meinen Tag mache? Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare. Das ist sehr wichtig. Ehrlich, weil sie muss mehr in die Fans schauen. Aber ich bin gerade in den Leistungen von meinem Kumpel. Ich bin gerade in der Du-Runde. Aber egal. Ich freue mich schon, dass ich mich endlich mal getraut habe. Weil wir jetzt die 321 Abos geschafft haben. Ich muss gehen an, nochmal an der Stelle raus. Dann für den geilen Support. Und für den geilsten Support einfach, dass wir die 300 Abonnenten in zwei Jahren geschafft haben. Und ich bin sonst nicht in zwei Jahren mit Hamba, also ich war über eine Abonnenten geschafft. Und ich bin jetzt an der Stelle raus. Und ja, alle, ihr wisst auch Bescheid. Wenn ich oder ich mit denen vielleicht nicht mit jemandem heißen, es wäre ja aber egal, weil wenn ich Lust habe, dann habe ich schon Lust. Na? Weil jetzt sieht die auch... Geil. Schatz PC, Erde, Energy, Support, so ist kein Wort. Aber Leute, support mich mittlerweile. Ich freue mich darüber. Und ja... Bis zum... Mein Juni. Ciao, ciao.